Das 007 Elements ist eine cineastische Installation auf über 3000 Metern, also ich glaube ich ganz besondere Location. Auf zwei Geschossen mit mehreren Räumen, 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche und eine Plaza mit 234 Quadratmeter und ist glaube ich eine einzigartige Installation auf einem speziellen Platz. Letztendlich haben wir 1300 Quadratmeter geschaffen mit einer Kubatur von ca. 10.000 Kubikmeter. Das ist eine sehr große Baumasse, größer als die Bergstation und wir haben sieben freigeformte Kuben konzipiert, die in den Berg versenkt werden und über Rampen untereinander verbunden sind, so dass man quasi in den Berg hineinschreitet, immer tiefer kommt und ungefähr 10 Meter tiefer wieder das Gebäude verlässt. Ich glaube, das ist eine besondere Emotionalität. Sölden steht ja für Sportunterhaltung, James Bond passt natürlich wieder wunderbar zu diesem Thema. Ich glaube einfach, Tourismus ist auch Emotion und das ist ganz ein besonders emotionales Erlebnis. Ja, es ist ein sensationelles Ergebnis. Wir eröffnen ja im Juli und wir haben noch einige Arbeiten zum erledigen. Die Hausaufgaben sind ja nicht fertig, aber das Ergebnis ist sensationell. Wir haben ein gutes Feedback von den Leuten, die bereits die Testphasen drinnen waren und wir sind sehr, sehr glücklich und freuen uns schon, wenn eine Menge von Leuten die Ausstellungen besuchen und diese archaische Architektur dann auch mitkriegen und genießen können. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!